Achtes Indiz Beim Wachbataillon 15. April, morgens Ich will eine Anzeige machen. Wenn Sie das in einem anständigen Ton machen, dann hören wir Ihnen sogar zu. Was ist denn hier eigentlich los? Wo bin ich denn hier? Bei der Militärpolizei. Eben. Und gegen die Militärpolizei will ich eine Anzeige machen. Dann sind Sie ja richtig hier. Einer von Euren Leuten hat einem Ganoven Hilfe geleistet. Das möchte ich nicht gehört haben. Hören Sie zu, junger Mann. Mir ist mein Wagen geklaut worden. Und an einer Straßensperre hat man den Wagen samt dem Kerl durchgelassen und mich daran gehindert, ihn zu verfolgen. Und Sie wollen behaupten, das war ein Militärpolizist? Das will ich nicht behaupten, das war ein Militärpolizist. Der Ihnen den Wagen geklaut hat? Der mich nicht durchgelassen hat. Aber das ist ja genauso schlimm. Jetzt hören Sie mal zu, Freundchen. Die Armee muss augenblicklich für Ruhe und Ordnung sorgen. Und Sie wollen eine Anzeige? Ja. Die können Sie haben. Wegen Hetze. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie?